TVMR präsentiert Nostalgiezugreisen Erleben Sie kurzweilige Fahrten in historischen Zügen mit Dampf, Diesel oder Elektrotraktion. Lassen Sie sich in eine vergangene Epoche zurückversetzen, als das Bahnfahren noch reisen war. Steuern Sie mit uns interessante Ziele an und erleben Sie einen ereignisreichen Tag. Ob im nostalgischen Dampfzug mit markanten Wagen der 60er Jahre oder im eleganten Schnelltriebwagen. Jede Reise hat ihren eigenen Charakter. Mehr dazu auf www.nostalgiezugreisen.de